Mein Vater hat noch irgendwo so alte Bilder, wo ich Inlineskater anhatte. Da waren wir in Lüneburg bei der Skaterrampe skaten. Das weiß ich noch. Er hat, glaube ich, keine Videos, wo ich gefahren bin. Aber, Chad, das war diese Zeit hier. Warte, muss ich mal kurz gucken. Sieht man irgendwas, was man nicht sehen darf? Diese Zeit hier. 2003. Stellt es euch einfach vor. Guck mal, Digga. Da war noch ein ganz anderer Style, Bruder. Da war dieser Hip-Hop-Skater-Style einfach. Weißes Unterhemd wie heute, Bruder. Man muss es einfach mal sagen. Wie heute. Auch damals schon das weiße Feinripp-Unterhemd am Start gehabt. Die Hose auf halb neun. Und die guten alten Boxershorts mit Mustern drauf, Digga. Ich zeige euch noch mal ein Bild. Das habe ich noch nie gezeigt. Ist auch vielleicht ein bisschen peinlich, aber drauf geschissen. Oder ne? Eigentlich sind die Bilder nicht peinlich, Digga. Eigentlich gar nicht, Bruder. Ich muss die aber mal ganz kurz bearbeiten, weil da sind Leute drauf zu sehen. Ich weiß nicht, ob die zu sehen sein wollen im Internet. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen muss ich die mal ganz kurz hier einmal zurechtschneiden. So, jetzt habe ich die Bilder hier am Start. Bruder, ich erzähle euch keine Märchen, okay? Ich habe euch immer gesagt, Digga, dass ich der größte Eminem-Fan war, den ihr euch vorstellen könnt. Der größte Eminem-Fan. Ich weiß nicht genau, wann das war. Bruder, guckt ihr diese blonden Haare an, die 12-Kette, Bruder. Ich weiß nicht, wann das war, aber Bruder, ich war so auf dem Eminem-Trip. Und schaut mal, der aufmerksame Boss. Schaut mal, was hier im Hintergrund ist, Digga. Mario Kart, Digga. Schön, der N64 hier, Bruder, auf entspannter Rino, Digga. Bruder, ich war damals so hardcore Eminem-Fan. Das kann man sich nicht vorstellen. Hier, das Bild habe ich kurz bearbeitet, weißt du, weil dies, das, ananas. Guckt es euch an. Ich war damals so, Bruder, so auf dem Eminem-Trip. Schön Mario Kart gezockt. Wer ist die? Das ist eine Freundin von meiner Mutter. Aber die muss ja nicht zu sehen sein, weißt du, wie ich meine? Digga, das war damals so eine schöne Zeit. Wie alt warst du da? Bruder, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, ich war da, wie alt war ich da, Digga? 13, würde ich sagen. Ist das die 12-Kette? Ja. Und ich kann euch auch noch genau sagen, wo ich diese Kette bestellt habe. Die habe ich im EMP-Katalog bestellt. Damals gab es gefühlt, also, Bruder, die einzige Möglichkeit, Musik und so auch zu bekommen und auch so die 12-Klamotten und so über EMP. Damals, Digga. Da war dieser EMP-Katalog, Digga, muss man hart auf hart wirklich so sagen, war damals ein Highlight, Digga. Der ist, ich weiß nicht, alle drei Monate, quartalsweise oder so, neu gekommen. Und, Bruder, du hast stundenlang da rumgeblättert. Wann hattest du deine Drogenzeit? Ich habe mit 13 ungefähr, mit 12, 13 das erste Mal gekifft. Also, in der Zeit hatte ich, also, ich würde sagen, auf dem Bild wusste ich auch schon, was Marihuana ist, ja. Hast du die Kette noch? Nein, Bruder, habe ich nicht mehr. Nein, natürlich nicht. Die Moral der Geschichte, lieber Leis im Chat. Ich war damals schon wörtlich ambitioniert. Oder einer der Gründe, warum ich auch aufgehört habe, Basketball zu spielen, war damals, mein Trainer hieß Detlef Mielke. Eine alte Buxtruder-Legende, seine Tochter hat einmal Ausbildung gemacht bei der Sparkasse Buxtruder. Lena, der habe ich damals, ja, Boring, in die war ich verliebt, Digga, habe ihr Liebesbrief geschrieben. Und habe ihr den persönlich überreicht bei der Altkloster-Sporthalle. Hab nie was von ihr gehört, Digga. Hab nie was von ihr gehört. Hat sie mich einfach gekoppt, Bruder? Da war ich, wie alt war ich da? 12, 13, müsste das ungefähr auch in dem Alter gewesen sein. Auf jeden Fall, Spaß beiseite, ist Detlef Mielke. Das war der TSV, es müsste TSV Altkloster gewesen sein. Und er war der Basketballtrainer von uns. Und der ist sehr, sehr früh, ich weiß nicht, wie alt er war, müsste so Mitte 40 vielleicht gewesen sein. Ist ja ganz früh gestorben. Ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube an Krebs. Auf jeden Fall ist der gestorben und dann war dieser Basketballverein irgendwie so ein bisschen verloren. Ja, dann haben wir aufgehört. Turnier damals, ja, 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 es gibt, äh, es gibt sogar noch Bilder von mir, wo ich Basketball gespielt habe. Mit so einem Pisspott-Schnitt. Geh mal kurz nach oben. Eventuell habe ich noch Bilder in meinem Fotoalbum. Mit Sicherheit, aber ich weiß nicht, ob ich es so schnell finde. Einen Augenblick. Nee, das sieht schlecht aus. Also ich habe zwar ein Fotobuch gefunden, aber ich glaube, dass das nicht das Richtige ist, Digga. Nochmal auch aus der Zeit. Ich habe das Bild schon mal gezeigt, aber ich zeige es euch nochmal ganz gerne. Schau mal, wie ich in meiner Prime aussage. Das war Onkel Monty in seiner Prime. Da müssen wir nochmal hin in die Zeit, Bruder. Das war so die Schlägerei-Zeit, Bruder, wo wir viel unterwegs waren und uns geboxt haben und so. Weil du dünn warst, sieht man die Muskeln schneller. Weißt du was, Digga? Also solche Leute wie dich, Bruder, will ich hier gar nicht haben, Alter. Tom, erstmal den Rest des Teils auf die stille Treppe, Bruder. Wie kann man so missgünstig sein? Ich weiß nicht, was da macht man, die Muskeln toller. Halt auch einfach das Maul, Bruder. Wenn du nichts zu sagen hast, manchmal ist es auch besser die Fresse zu halten. Was hast du jetzt davon? Einen Tag stille Treppe, Digga. Ich habe gerade das alte Fotobuch da in die Ecke reingetan. Ich habe das andere Fotobuch, was wir gerade hatten, da in die Ecke reingetan. Habe es gerade gesehen, Digga. Und habe gedacht, das wäre es, also das andere. Damals bin ich durch Buchstuhude gegangen und habe hier alles selber fotografiert. Die ganzen Graffitis von früher, Digga. Bei uns in Buchstuhude. Alles selber fotografiert hier. SAS, der King of Buchstuhude, Bruder. Den habe ich damals, der hat mich so heftig geprägt, graffiti-technisch. Die ganzen alten Graffitis-Bilder habe ich noch alle gesaved. So geil, Mann. Boah, das war so ein geiles Graffitis damals. Fokus. Das ist bei Markkauf Buchstuhude, für die Buchstuhude. Kaufhaus mit Herz ist hier unten. Bruder, das war damals, für damalige Verhältnisse, für Buchstuhude-Verhältnisse, war das so ein babamäßiges Graffitis, Digga. Hier ist auch ein Graffitis von Bila und seiner Mom. Ein Porträt. Wallah, wenn du siehst, sag einfach Maschallah, die hübsche Bruder. RDK. Auch so eine legendäre Crew, damals in Buchstuhude, Digga. Mittlerweile ist die Wand eine legale Graffitis-Fläcke geworden, das einer meiner ersten Graffitis sich selber damals gesprüht hat. Was muss, von wann ist das? Das muss so Anfang 2000 gewesen sein. Hier an der Skater-Rampe von mir, einer meiner allerersten Graffitis, Digga. Ganz, ganz, ganz hässlich. Aber damals, das einer meiner allerersten Graffitis, die ich gesprüht habe. Auch einer meiner ersten Graffitis. Damals habe ich Che gesprüht. Voll Dulli, Mann. Das war die Zeit, der ein oder andere Oldschooler kann sich vielleicht auch noch daran erinnern. Das war auch die Zeit, Digga, wo du am Kiosk noch das legendäre Magazin Backspin bekommen hast. Damals gab es zwei Hip-Hop-Magazine, Juice und Backspin. Juice war immer mehr musikalisch und nur ein oder zwei, drei Seiten Graffiti. Aber in der Backspin war zum Teil, Bruder, zehn Seiten, zwölf Seiten Graffiti, Digga. Das war so geil. Backspin, so ein legendäres Magazin damals gewesen, Mann. Damals war alles besser. Was wir damals für verrückte Aktionen gemacht haben, ich werde euch nicht sagen, wo, Bruder. Die Geschichte ist schon verjährt, deswegen kann ich es erzählen. Ich habe das sogar noch auf DVD. Ich müsste gucken, wo ich es habe. Ich könnte es aber auch nicht bei Twitch zeigen, davon mal ganz abgesehen. Irgendwo habe ich noch einen DVD, Bruder. Wir haben damals den DVD gedreht mit unseren Graffitis, die wir gesprüht haben. Wir sind an einem Bahnhof gefahren, wo halt Ein- und Ausstieg ist, wo werde ich nicht sagen. Und da war, weiß ich nicht, ein drei Meter, vier Meter großer Stromkasten. So ein riesen Stromhäuschen, frisch. Und ich und mein Kollege, den ich namentlich nicht nennen werde, sind dorthin gefahren. Ich war der Checker, also Checker heißt der Aufpasser. Und mein Kollege hat gesprüht. Warum dürfte ich das nicht zeigen? Hörst du jetzt. Und ich weiß nicht warum, aber wir hatten die lustige Idee, für unsere DVD noch was Verrücktes zu machen. Ihr müsst euch das vorstellen. Nachts um zwei Uhr, an einem Hamburger, das kann ich sagen, an einem Hamburger Bahnhof. Mein Kollege ist splitterfasernackt mit einem mexikanischen Hut, über die Gleisen, an diesen Stromkasten gegangen und hat unseren Crew-Namen gesprüht. Und ich hab gecheckt und gefilmt. Komplett splitternackt. Er hat ihn anders baumeln lassen, Bruder. Er hat sich zur Kamera gedreht, hat ihn baumeln lassen, Bruder, mit dem mexikanischen Hut. Das haben wir so geil mit mexikanischer Musik unterlegt. Kennt man den Freunden ein? Habt ihr noch nie gesehen. Warum gehst du nicht mal legale Sprühen? Ich sprühe nicht, Bruder. Mein erstes illegales Graffiti. Das musst du dir einfach vorstellen, Bruder. Wie alt war ich da? Ich weiß nicht. Elf, zwölf vielleicht. Mein Onkel hatte einen, das war in Winsenluhe da die Ecke. Und mein Onkel hatte so einen Schrebergarten, wo so Sachen halt drin waren. Und er hatte auch eine Sprühdose da drin. Und ich hab mir diese Sprühdose genommen. Eine Autolack-Sprühdose in schwarz. Und diese Dose hab ich mir genommen. Und ich bin abends mit dem Hund Scotty. Schrotti haben wir ihn immer genannt. Ein Jack Russell Terrier, wenn man hier alles täuscht. Bin ich spazieren gegangen. Und ich hab diese Dose mitgenommen. Und Bruder, es war wirklich mitten auf dem Land. Es war eine Landstraße, Bruder. Es war stockduster und keine Menschenseele war zu sehen. Außer dieses kleine Stromhäuschen. Und ich weiß nicht mehr, was ich da ran gesprüht habe. Ich weiß nur, dass es mich... Ich hab so Arschwasser gehabt. Ich hab so Nervenkitzel gehabt, dort ran zu sprühen. Obwohl wirklich, Bruder, das Einzige, was vielleicht in den nächsten 500 Metern Umkreis zu sehen war, war irgendeine Muku. Und das war mein allererstes Mal, wo ich eine Sprühdose illegal gesprüht habe. Die hab ich in meinem ersten Buch, glaube ich, die Geschichte erzählt. Gab es auch legale Graffitis? Ich hab ein paar legale Graffitis von mir irgendwo noch gespeichert. Aber ich muss dir ehrlicherweise sagen, Bruder, legales Graffiti sprühen hat mich nie geflasht. Im Gegenteil. Ich brauchte diesen Adrenalinkick. Ich brauchte dieses Gefühl, etwas zu machen, was verboten ist. Ich brauchte die Dunkelheit. Ich brauchte den Adrenalinkick in meinem Blut, um sprühen zu können. Oftmals hab ich meine legalen Bilder mehr verkackt, als meine illegalen Bilder, weil ich beim legalen Sprühen zu viel Zeit zum Denken hatte. Beim illegalen Sprühen aber nicht. Mal gepackt worden deswegen? Äh, nö, nix wildes. Also, ich bin nicht vorbestraft, Bruder. Die einzigen Anzeigen, die ich hatte, waren wegen Körperverletzung. Und das wurde alles eingestellt oder ich musste Sozialstunden machen. Mehr ist nicht. Moses tagt aber auch ganz Hamburg. Ne, Bruder, Moses tagt nicht ganz Hamburg. Moses tagt ganz Deutschland und Europa, Bruder. Moses ist einer der krassesten Sprüher überhaupt. Und ein ganz sympathisches Kärchen, ich hab ihn ja kennengelernt. Der hat sich auch bei mir in der Garage verewigt. Moses ist eine absolute Legende und eine Bereicherung für die weltweite Graffiti-Szene, aber vor allen Dingen für die deutsche und die europäische Graffiti-Szene. Genauso wie Kino. Ja gut, Kino hat von der Reichweite von den Pieces natürlich nicht ansatzweise die Menge an Bildern gemalt, die nun Moses gemalt hat. Aber ein Kino und ein Oms zusammen in den Ende 90er, Anfang 2000er, Bruder, haben die hier im Umkreis Niedersachsen und auch weit drüber hinaus alles und jedes geknickt. Also ich weiß doch ganz genau, Digga, wie ich damals zu meinem Vater die Strecke nach Lüneburg gefahren bin und gefühlt jede Woche ein neues Pieces an der Autobahnbrücke oder an der Autobahn war von der Strecke Buxtehude-Lüneburg. Überall war ein neues CSF, ZK, Zombie, die ganze Clique da damals. Kino, Omsk und wie sie alle hießen, Bruder, es war eine wunderschöne Zeit. Ein absolut geiles Gefühl, die Jungs bei mir in der Garage sprühen lassen zu haben und sie auch kennenlernen zu dürfen. Das ist ein Teil meiner Jugend und die Jungs kennengelernt zu haben, war einfach so wohlwollend, Digga. Schon eine Ehre, dass die alle bei dir gesprayt haben, auf jeden Fall, Bruder. Aus nostalgischen Gründen ein Kino und ein Omsk bei mir in der Garage verewigt zu haben, die, die ich in meiner Jugend gefeiert habe, Bruder, ist atemberaubend. Und dann noch jemanden zu haben wie Moses, Digga, der einer der bekanntesten Sprüher, wenn nicht der bekannteste Sprüher in Deutschland ist und europaweit auch eine extrem große Nummer. Das war schon ein Erlebnis, Bruder, das werde ich nie vergessen. Bis zum nächsten Mal.